Wer aus hat die Argumenten, dass alle mal da drüben schauen. Wie tun wir das da? Ich könnte aber das die Noten noch mitnehmen. Vielleicht sehen wir da über 6, der sich stunden hat. Da waren noch 28 Pfeile. Vielleicht lohnt sich ja hier was. Das ist tatsächlich wie auch nur von anderen Noten. Die sollen aber mehr sind. Das ist die Notocons hier. Die Notocons. Noch keine Wechsel hier. Das weiß ich. Ich hasse das durch die Archie, das hasse ich so. 9. So. Sagst du einfach nur Ruin oder ist da eine Not? Da ist eine Not. Dann war doch gar keine Not, dann war das die. Alter, was ein Blutgemetzel. Gut, dann wieder Abmarsch. Keine Rexa auf der Ödnsel. Ich habe schon geschissen. Ich habe schon geschissen. Da hätte ich mal den Thame versaut. Komm Chris, Du bist noch nicht mit Bau, schnell dort. Diese Nik-Koms ... Auch. Bau nicht dort. Der Baum steht noch. Das ist eigentlich unklippig, dass der Baum noch steht. Das heißt, da baut niemand. Oder ein Baum steht... Schoko-Schnitte, wer ist denn das? Schoko-Schnitte? Wer ist denn das? Schoko-Schnitte? Der Terminzino. Ja, aber beim Nord, wo die Node ist, baut jemand. Riesige Steinmauer gebaut. Das müssen wir Ball machen. Am besten Heid noch. Weil die haben Pflanze, das müssen wir heute noch machen. Mach alles klar. Ja, bei welcher Node denn? Das ist Chris. Was, Chris? Chris Play. Also, äh, Paradies. Ne, drüber hinaus. Ach so, die da oben, okay. Ich flieg jetzt ins Paradies, das auch noch checken. Und ich hab Schoko-Schnitten unterwegs getroffen. Der Terminzino hat. Okay. Dann hab ich guck mal in den Drive-Log. Ich hab ein bisschen geschlachtet. Irgendein Gegner ist bei uns. Komme. Du knallst schon? Tüler. 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 Aber es knallt noch nicht. Ne. Nur einer? Soweit ich das jetzt gesehen hab, ja. Bist du noch dran? Oder kämpft er? Er ist gerade weggelaufen. Richtung? Richtung, äh... Kano Island? Ja. Strand oder Wald? Ähm, der ist oben am Wald lang gelaufen. Kann aber auch sein, dass er jetzt umlaufen kann. Sine. Schoko-Schnitte. Schoko-Schnitte. Dann packt man gerade das Zeug zusammen und auf einmal... ...schlägt... ...der Name nach raus. Komm, 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 komm. Der kämpft mit mal. Der noch um den Weg. Harte Pumpe. Ja, schwarzer Strand. Richtung Kano Island. Ja. Rennt wieder. Ne. Bleibt, kämpft. Lade die Pumpe auf mich. Rennt hier wieder in Gehe. Stamina. Beeil dich. Ja, ich seh es, ich seh es. Er ist runter. Ja, pass auf, Mikroraptor. Ja, pass auf, Mikroraptor. Ja, ich seh es. Versuch nicht frontal und krieg schalte Blut nicht ab. Ja. Geh auf die andere Flussseite. Ich kann nicht schießen. Ich bin so dumm. Drei... Zwei Schüsse, glaube ich. Laufst du in deine Richtung? Ja, ja, komm ruhig. Ey, wie hat er mich jetzt trotzdem eingestimmt? Hat er einen Hit mit der Flinte bekommen? Geh zurück zur Base. Das war unser. Mhm. Ja, machen wir uns für Quizplay fertig. Ich hab doch schon alles dabei. Oh ja, gut, dann Austausch. Ich hab ja gerade das Zeug am Einpacken, als der Typ angekommen ist. Ich hab nur Textbescheid gesagt. So. Damit er wieder was zu lachen hat, oder was? Ohne vom Wasser aus. Hast du eine Beerefalle? Ja, hab ich auch. Hast du mir nämlich jetzt nichts gehabt? Hm? Hast du mir nichts gegeben? Ich dachte, da ist noch welche dabei. Nö, noch nichts. Ich hab jetzt nur drei Beerenfallen dabei. Ja, gut. Dann musst du es halt platzieren. Ja. Was hat denn da die noch technisch? Hm? Dinos, Raptore, äh, alles mögliche, aber auch Alarmanlauf. Also die wissen gleich, dass wir dosen. Die gehen trotzdem von hinten hoch. Also im Endeffekt kann ich mich nicht einfach an die Tür schleichen. Nö, nö, das muss ganz flott gehen. Sprengsätze platzieren. Ja. War das skeptisch und wir schießen erst die Paare raus weg. Dann müssen wir zwar auch, dass wir da sind. Dann können wir das so tun, als wenn wir wegfliegen. Willst du wegschießen? Hm? Sollen wir so wegschießen? Dann können sie wenigstens nicht zuordnen, wo wir gerade sind. Ja, weil das Agriff stattfind schon. Also wenn wir so wegschießen, dann kommen auch die Scouts, kommen zusammen zurück. So sind sie. Schicke Steinmauer. Ja, völlig uninteressant, wenn man von do kommt. Bist du soweit? Schwer getrackt. Blows of the Parade, der trackt mich. Gut, Archie. Spieler. Achthudert? Los. Alles ist passiv. Außer das Schwein. Bissen hingerennt. Falle steht. Was machst du? Was machst du? Vorhin hat's geknallt. Was machst du? Achthans. Wir brauchen Wehrefalle von dem Klima, so nicht. Geh mal, Raptor. Achtung! Geh mal, Raptor, fresse Una oder so. Komm, Bruna. Da Una muss irgendwas rumrennen. Guck mal, Schwein. Der Archie Heal. Fress. Gut, unterm Stellstehbleiber. Ah ne, da treffen sie mich noch. Pass auf, die trefft nicht, komm her. Du hast doch Heal-Cut. Wie geht's da, Archie? Du redest nicht. Fast voll. Meine hat aber auch nur 600 Leben, von daher. Ah. Kaum lebe, geskillt. Ja. Zeit. Das hat nur geknallt, du? Ähm, ne, die haben gerade einen Ente gelaufen. Au! Dann geh weg, weg! Weg! Und jetzt? Wooda Hooks. So checken wir es halt auch nicht. Einer ist oben auf dem Dach. Er hat es wieder nicht gecheckt. Einer ist auf der Mauer, einer ist auf dem Dach. Boah, wir konnten der auf der Mauer mir was wegschießen. Nee, das war der auf dem Dach. Mit der Flinte. Der P.T. tut auch hau. Oh. 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 Komm runter, komm runter, Tor ist einer! Wo ist einer? Vorne Tor, Tor, Tor! Lauf jetzt hin! Gibt's drinnen? Gibt's drinnen? Granate! Die sprengen gleich noch, weil ich die eigene Basin luft. Arm aufm Dach! Achtung, da ist noch einer mit Granate! Weg! Einer ist ganz unten! Wo? Ganz unten, am Wasser! Pass auf, die Tür ist auf! Die Tür ist Feind! Wo? Er ist ins Wasser reingeschwommen, Richtung Eis! Okay, halt, nehm' auf, geh' ihm hinterher! Ich komm' gleich! Ich komm' gleich! Au! Oh! Er ist grad einmal kurz aus dem Wasser rausgehüpft und instant zwei Pump-Schüsse rein! Ich muss schnell wieder zum Dodo! 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 Wie soll die drinnen und mittel machen! Ich muss kurz ausdenken, oder? Und ich bin von da hinten rechts gekommen. Kurz muss da. Kurz muss da. Heile. Ach, hier hast du Blut. Yes. Pumpen, Muni. Ein frischer Flack. Geht's da gut? Hm? Du redest nicht. Ja, ich stehe bei denen auf dem Dach. Wo sind die? Also ich habe zumindest Stimmen von drinnen gehört. Und ich glaube, irgendjemand ist auch gerade weggeflogen. Da. Die Tür ist aufgegangen. Granate schon wieder. Machen wir da noch vom Dach runter. Ich versuch's. Kommt dazu. Das hat P3 genommen. Was ist das? 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 gott euch wie ein paar Kinder Ja 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 bringt um viel Spaß wieder da dumm ok das match Flieg �� Nix töte Ich hab kein Fanat mehr, ach doch Lass mich Du, ich hab schon einen Ruf Ah, ja Oh, Pee-Gee Oh, shit Äh, imki Ja, ich hab's gesehen Lass einfach gehen Nein, ich will den Loot Hast du noch Sprengung? Wie viele? Ja, hab ich, aber Das ist auch langweilig, wenn die offline gehen Impi, ganz kurz Impi, ganz kurz Äh, meine Fehler Äh, es ist auf 15 Minuten eingestellt Alles, was ihr nach 12 Minuten kaputt macht Wäre theoretisch, äh, noch da Also Ihr habt jetzt theoretisch noch eine Minute Könnt, ne, es ist PvP, aber Eine Minute habt ihr nur noch Sonst wär weg Sonst wär weg Okay, impi, ausgelegt Treff aber gescheit Lass dir lieber vor der Tür topsen Oh, wie, die knallt alle wei Autsch Immer noch nicht Wart, wart, wart Wie viel hat Sparty, Sparty-Granat Geh weg Geh weg, mit der Axt geht besser Hast du Schlussschwert gezogen? Guck dich mal um Renn einmal drumherum Innen drin Bin ich gerade schon Achtung Du geh, ich nimm Jetzt Ausziehe erst Ja, denk dann aber nicht, Kill, ne Das ist wieder fair Wieso, ne Weil, wenn die off sind Ja, ich weiß, was du meinst Aber offline Kill Bitte nicht Ja, wie soll ich das machen? Guck mal, hier ist alles abgeschlossen Wenn ich jetzt hier drin knall Dann sind sie auch tot Ja, genau Ja, ich weiß So, aber das wär jetzt theoretisch kaputt machen Könnt ihr jetzt eh nichts mehr Weil die zwölf Minuten Musst du sehen Das ist meine Fehleinstellung Da könnt ihr gerne euch bei mir beschweren Also jetzt nichts mehr kaputt machen Was, dürfen wir jetzt schon hin? Keine Granate Guck, guck rund auf den Boden Die Strukturen Bei zwölf Minuten Ja, ernsthaft? Nehmt das, was ihr hier habt Aber mehr geht nicht Wenn man Combat Logging macht Und das ist erlaubt Einfach auslocken Und tschüss Das könnt ihr Äh Dann selber klären Im Biet Alles klar Also das, was ich jetzt offen hab Könnt ihr machen Alles, was verschlossen ist Nicht mehr öffnen Jo, verstanden Komm mal raus Das ist ein Haufen Gangpuder Ich hab noch die Fortschüsse ausgemacht Äh, Petri Sattel, Hasche Äh War das alles legitim, weil die haben sich ja beschwert Warst du was gesagt? Ich hab dich nicht gehört Ne, alles gut Äh, was hast du gesagt? Ob alles legitim war, weil die haben sich ja beschwert Er war mit mir dran Ähm Ich, äh Hab das alles im Nachhinein Äh Für euch Alles, was ich noch looten könnte, ist lootbar Alles, was kaputt machen könnte, dürft ihr nicht mehr kaputt machen Ja, aber die haben sich während dem Raid beschwert Das mir nicht Ob da alles legitim war Ja, alles gut Alles gut Äh Das können wir alles nach dem Projekt klären Ja, wer aus Hält mal auf hier Ja Und du die aufhäbe So, ja Da steht die wieder in den Gezonen Was ist der Rucksack Never the Base? Der Übung Abmarsch Komm Ich guck eigentlich gerade, wo der letzte improvisierte Sprengsatz ist Oder der letzte Teil Du hast doch beides Ich hab drei Stück aufgehoben, aber du hast es einmal eingelegt und ich habe einmal eingelegt Oh mein Gott Äh, wenn jetzt hier noch irgendwas ist, wo knallt Äh Aus Versehen Eigentlich müsste alles wechseln Tja, ja, ich seh's, alles gut Viel Spaß euch Das war doch Chris, oder? Was? Das war doch Chris, oder? Das war Chris, ja Lol Ausgelockt Kurze Frage Bist du so überladen, oder warum werde ich mit Schriftung beschneide als so? Das ist nicht Ich hab, doch, ich hab gut gewischt Guck mal, das Paradies Das Paradies? Du sollst ja auch mal irgendwas kaputt machen, aber... Ob das was ist Einfach checken Ich hab keine Granate mehr Nö, ich seh nix Ich seh nur die Stadt fliehen Ich seh auch nicht Gut, fliege mal auf den River Das ist ja hinten dran nochmal, ähm Wobei ich... Ah ne, das ist nicht mit dem Rex erreichbar, vergess es Nach Hause Ging's bis zwölf, oder bis elf? Ich glaube, es geht bis zwölf, aber ich probiere jetzt zum Beispiel, äh, zum Beispiel in der Base bin Schicht im Schacht Was? Für dich? Ja Alla, du kannst mich nicht verlassen Du kannst auch auflangen gehen Zwei Minuten, äh, schafft es keiner bei uns reinzukommen Wow Ja, aber die T-Tame-Bio, weiter noch eine Stunde Ja, aber nicht Ich geh scouten Ich scout Ich riskier's Weiter scouten Wie weit sind wir denn am Arsch der Welt? Und jetzt Hä? Ich hab die Base gefunden Los, Granate raus Unsere Base Oh, also die Paras eigentlich irgendwie benannt hast du, wäsch, welch ihr seid Der, der Parasaurus heißt, ist der, der in der Base ist Rechts ist rechts Berg ist Berg Also, also ich weiß nicht, harsches XI-Werk gejoint ist Ich find das nicht geil So die Base zu retten, find ich nicht geil So die Base zu retten, find ich nicht geil Okay Ich sag dann auf jeden Fall, bis morgen, oder so Du bist ja schon in der Base Ja, ich lieg im Bett Sprengstoff hab ich dir, äh, die Werkbank gelegt Dann sag ich schon, ciao So 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 was verteidigt unseren angriff ich kann genauso angegriff wäre das ist situationsbedingt muss ich reagieren ich meine da war ja noch ein fremd die partei dabei haben das überhaupt gemerkt dass noch jemand fremdes mitgespielt hat und granate in den ring geworfen hat ich weiß nicht ob die granate uns gekallt haben oder auch einfach gedenkt dann machen wir mal ein bisschen die schade mit keine ahnung aber das auslocken ich weiß nicht was ich vor allem soll ganz ehrlich ich muss ihn raus holen ich muss ihn raus holen aber ich muss mich nicht ich bin also bis circa handicapped mit nur dass nur noch ich unten was raten man soll ich oft wäre vielleicht besser so gefährlich so viel zu gefährlich ich dachte gerade ich wei ich war schon wei ich war schon auch noch stauber Oh, da ist der Topper Schumann dabei. Wo hat denn der sich ausgelockt? Der ist auch niemals in der Base. Ah, Juppei. Der hat sich irgendwo anders ausgelockt. Läuft traurig. Hä? Mir ist das zu heiß, wenn ich alleine bin. Und jetzt trackt er noch. Oh. Das ist ja so. Hup! Das war's. 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 Das war's.